Ah, jetzt erst mal eine Runde Tube Tribute. Oh, Eroberung in Sekarg. Wie interessant. Das kann ja heiter werden. Und es lädt. Das kann ja heiter werden. Kann heiter werden? Ja. Ja, voll entzündet. Der Arsch der Welt ist entzündet. Alter Junge. Alter Junge, was denn jetzt? Jetzt arbeitest du hier mit Paradoxmen. Mit Antithesen. Oder wie? Ja. Absolut. Oh, wie lange das lädt. Ich mag nicht, wenn es lädt. Dann kann ich nicht spielen. Oh Gott, habe ich lange nicht mehr gespielt. Mal gucken, auf welcher Seite ich bin. Ja, ich bin auf deiner. So, raus hier. Bravo, bravo, bravo. Gehst du bei Echo rein? Ich bin noch gar nichts. Was willst du? Gehst du bei Echo rein? Bitte. Ja, mache ich dann, sobald... Sobald ich verrecke, tue ich das. Oh, warte mal noch. Die Uhr abmachen, sonst kann ich nicht spielen. So. Beitreten. Okay, hier wollte ich nicht. Ist egal. Einfach beitreten. Und wir gewinnen. Das ist schön. Ja, ist ja auch mein Team. Also unser Team. Sicher, dass wir gewinnen? Nee. Was bist du? Du Russe oder Ami? Ich bin Russe. Ja, hä? Wir haben doch 268 zu 283. Ja, aber wir haben gerade im Moment alles eingenommen. Also, die Hälfte eingenommen. Deswegen... So. Sind wir gerade am gewinnen. Okay, was sagst du? Echo. Echo. Echo fresh. Wo ist denn, Jubufke? Wo steht er denn? Bei Echo. Ja, ich bin der Ami Arsch der Welt. Du brauchst mir nicht joinen. Was soll ich denn? Links, nimm mal den Panzer, der unten steht. Wo ist der Panzer? Na, komm. Da, da, ich sehe. Ich muss erst mal wieder die Karte lesen lernen hier. Ist das schon so lange her? Guck doch auf die Charakter. Guck auf die Charakter. Büffels, hau ab. Danke, ey. Bist du drin? Du kannst einsteigen. Es sind hier Platz für drei. Der Büffel ist drin. Nee, geht nicht. Ja, steck du mal ein. Okay, jetzt. Gib Gas. Der Büffel ist raus. Tschüss, büffel. Und diese große Arschkrumpel. Wollen wir noch mal tauschen? Wieso? Oder hast du irgendwelche Plugins? Ach so, nee, hab ich nicht. Komm, ich tausche noch mal. Das Einsatzziel wurde erobert. Over. Okay, jetzt können wir loslegen. Hauptsache, wir tauschen dreimal. Ja. Der Büffel ist voll am Arsch der Welt. So wie mit Kuva spotten, ne? Ja. Und da war irgendwo ein Panzer, oder? Pank, ja. Ich begrüße. Was? Oh, tz. Geh mal nach Hause. Wir finden uns bei C. Warte, warte, warte. Ach, direkt vor uns. Ja, ein Panzer. Kaputt. Boom. Headshot. Wir werden anvisiert. Ah, ich treff nicht mehr. Da war auch Anfänger, ne? Ich hab mal einfach mal so getan, jetzt würde ich spotten. Also zu, Buggy. Buggy da klauen. Puts. Hahaha. Kampf unfähig gemacht. Das ist das schönste Ort der Welt. Treffer. Guck mal nach links. Irgendwo links hier sind welche. Ja, irgendwo da drinnen. Die Geräusche haben wir aus. Ich sehe keiner. Achtung, Bot. Unter uns ist unser Roboter. Hier, direkt neben uns. Mim. Da ist immer noch so ein Roboter. Geh weg, hinter uns. Zurück, zurück, zurück. Vor, 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 vor. Schlecht, ich bin raus. Ja, wer? Tito. Scheiße. Ich bin droht. Ich bin, ja, hinter dir. Vorsicht, da sind ganz viele. Da versucht jemand, den Panzer zu reparieren. Fuck. Ich bin vielleicht wieder da. Moment. Moment. Ah. Mami. Ich bin da. Da war der Panzer. Ich habe den Panzer einmal angegriffen, aber trotzdem. Ich bin mal weg. Bist du schon wieder tot? Warum schießt der nicht? Hä? Da habe ich jetzt aus Versehen wieder einen Schuss eingestellt. Wieso kann ich nicht bei dir joinen? Weil ich gerade tot bin. Ach so. Das könnte ein Grund sein. Guck an. Guck an, wo der Büffel ist. Am Arsch der Welt. Gut, ich muss mal hier kurz wieder, äh. Eineigen. Ist so schlecht, ey. Los, steig mal an die Etage, ja? Hier oben sind schon welche. Ich folge dir. Freibestehen. Du bist schon irgendwie. Gedamaged. Oh, fuck yeah. Ja. Irgendwie tot. Ja. Da war einer mit Laser gewesen. Er ist ja wieder dran gewöhnen, ey. Weg! Alter. Bin fast tot gewesen. Na los. Ha, von dem Sack. Oh, scheiße. Alter, ja. Klar, Alter, so ein Cheater, ey. Der Dev hatte mich ja voller Getötete. Und ich habe ihm eigentlich einen Sackshot gegeben, aber... Das interessiert ja keinen. Ich steig mal bei Büffel ein, waar? Wo liegt denn der, ey? Am Arsch der Welt. Ich flieg Hehley. Dann lass mich doch in Ruhe. Ich hab den Feindlichen in der Küche den Augen reingekommen. Bam! Ich hab ihn getötet, Mami. Call! Das kannst du doch nicht machen. Kennst du das? Fuck, ich bin so schlecht. Kennst du das? Ich kenn diesen Mann nicht. Das wird total fremd. Was hast du gemacht, Karl? Ja, ich bin runtergegangen. Und da hab ich diesen Mann gesehen und hab 37 Mal auf ihn eingestochen. Karl! So was tötet Menschen. Oh, das wusste ich nicht mehr. Boah, Alter, was? Wo stehen die denn hier überall? Oben auf dem Bürogebäude. Und der Panzer schießt auf mich. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Das ist schlecht. Hier kommt dein Medikus. Also semi-gut. Headshot! Der Panzer ist hier echt am Arsch. Quack, 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 quack. Ich muss mal hier, äh... Das sind auch zwei Panzer. Die nehmen uns grad einen hier, wa? Ah, der kommt, Mami! Da hinter mir. Ja. Sorry. Formel-Panzer hinter den Panzern. Alter, wie sieht der mich denn bitte? Das ist ein Cheater. Oh, 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 oh. Erinnerst du aus dem Panzer? Läuft dir entgegen, glaub ich. Alles klar. Ja, ja. Ich glaub, das war dir. Could it be? Could it be? Could it be? Could it be that it could it be? Manchmal war es auch, let it be. Das 7 zu 7, ey. Wie schlecht grade. Lauf mal! Mann! Warum drück ich andauernd auf V? Versteht nicht. Da war halt draußen einer. Hier, Ecke! Happen! Habe ich dich gerettet, du? Naja, so beide, gegenseitig. So, weiter geht's. So, die... Da kommen wieder zwei über die... Außen über die Fässer da. Die Doktoranden haben wir? Ich hab schon probiert zu spotten. Hat nicht... Kannst du... Einer tot! Da war noch einer, wa? Ja. Seh keinen, seh keinen, seh keinen. Tot. Ja. Ich hab einen gesehen. Tot. Einfach nochmal dazwischen schießen, damit ich hier Punkte kriege als Niederhaltung. Das war... Ja, das war eben, äh... Drei Headshots. Alter. Äh... Doof Idee, hier hochzusteigen? Oh, ein bisschen. Ich hab uns jetzt verraten. Ist das schlimm? Alles cool. Bei B sind mir zu viele Panzer. Wir gingen, glaub ich, zu C. C. C hinterm LKW, da hinter dem... Ach man, hier ist doch Einer. Scheiße. Gleich hier um die Ecke. Oh, falscher. Lokation, vorsichtig. Hier um die Ecke. Hä, ist hier nix! Rauch, hau ab! Ich hab grad, äh, das Bedurftnis, äh, wie in Assassin's Creed den auszunehmen. So zu plündern, aber irgendwie... Irgendwie funktioniert die E-Taste nicht. Ja, irgendwie wird das ein falscher Gedanke. Äh, rechte Seite bei Einer. Ich bin grad bei B, also ich... Ja, ich glaub dir hingegen, ähm, ähm, lauf mit. Ist aber rechte Seite da mitgegangen. Richtig Panzer... Ja... Kann man die Panzer hier spotten nochmal, wa? Ich röste da, Panzer. Da, wo ein Blick-Bumm-Bumm ist. Das war knapp. Ich bin mal, äh, weiter weg. Oh! Ich hab mich schon... Gedanken gemacht. Ich steh hier total falsch. Das ist... Ein doofer Gedanke, hier stehen zu bleiben. Ich sollte mich weiter... Aua, das hat weh. Ach, schieß denn hier auf mich! Panzer? Ach, hier kommt ein Panzer! Oh, die kann ich nicht wiederholen. Aua! Bist du tot? Ja, ich bin, äh... Ja, du liegst oben, wa? Ganz, ganz oben. Ja, äh... Bis ich da oben bin, bis ich da oben bin, ist der Panzer... Ich bin da. Gut. Ah, hier rechts von mir! Oh! Zum Glück war der genauso schlecht im Schießen, wie ich. Oben auf dem Dach. Ja, kommt zwei. Ja. Noch einer. Ja, ich weiß. Und hier an der Ecke war noch einer. Ah, geil! Hab alle! Hab alle! Schön! Fucking Frick. Man könnte ja fast sagen, das war gut. Wir gehen mal zu zäh, oder? Äh, ja. Würde ich auch vorschlagen. Wow! Scharfschütze! Bei B sind noch welche. Bleib mal bei B. Ja. Ja, ich hab's grad gemerkt. Hab den... Ich glaub den Scharfschützen hab ich. Bin mir da noch nicht ganz so sicher. Bist du tot? Nee. Da war ein anderer. Aber von hinten kommt einer. Scheiße! Mehrere. Ah! Hoppen! Hoppen! Woah, Alter! Ich bin tot. Musste auch mal sein. Alter! Zehn, drei! Bäm! Alter! Liegst du noch? Wie lange noch? Nee, ich bin weg. Scheiße. Bin grad weg. Bin grade angekommen. Das ist sehr schön. Andere Seite Richtung A. Tot. Warum auch immer. Weil ich mich wahrscheinlich unter die Treppe grad gestellt habe. Oder so ähnlich. Was? Ich bin tot. Ich probier dich zu holen, ja? Ja, der steht da noch. In... Tot. In tot? Ich hab dich. Du bist tot? Nee, ich hab dich. Achso. Du weißt, wo er steht? Nee, er ist tot. Kröss ist tot. Oh, Scharfschütze. Ich hab einen Pchuch gehört. Da oben. Ah! Von der Seite. Rechts. Rechte Seite mit einer PKP Pecheng. Pitcheneck. Ich wollte grad aufstehen, du Spast. Ah, ja. Ich hab grad die Waffe gewechselt. Ah. Äh, bei B drin, wa? Ja. Ah. Ah. Und deine KD ist deutlich besser als meine. Kann gar nicht sein. Ich verrate jetzt keinen, dass ich so lange nicht mehr gespielt habe. Ja. Okay. Ewigkeiten. Ja, das ist wahrscheinlich wieder zum Reinkommen. Warum kann... Warum kannst du über die Mauer springen und ich nicht? So. Ah, ich muss meine Sheet Engine noch ausmachen. Das mach ich nicht ernst. Komm her, du Wichser. Da kommt ein Auto. Wichser sagt man nicht. Was sagt das Auto? Nup, nup, ey. Au, ich bin tot. Schon wieder der scheiß Typ. Der steht. Ist ein Scharfschütze. Ah, ich sehe nicht, wo er liegt. Ja, ich hab... Ah, wow. Ich hab... Ja, ich hab ihn, äh... Markiert. Boah, die stehen am Arsch der Welt, alter. Ja, auf der Entfernung wieder treffen. Das können wieder nur die. Oh. Ich nehm die Treppe. Ich nicht. Ich bleib mal ein bisschen weiter unten. Ich hab hier grad nen Piep gehört. Hier hat doch gerade jemand einen reanimiert. Nee. Ich hab grad jemand einen reanimiert. Nee. Timmy. So, Timmy. 99 Rust. Hab ich. Rechte Seite, ne? Scheiße, wie weit. Hab zwei... Von hinten. Von hinten. Wo ist denn bei dir von hinten? Ab ihn. Ach, da ist das denn hinten. Von hinten, äh... Andere in Laufrichtung. Ich opfere mich. Hab wieder 100%. Ab dann? Ja, ist tot. Auf zur A. Ja, die Snipern da hinten immer noch. Das darf man nicht verachten. Hinter mir ist irgendwas explodiert. Geradezu. Container. Grün. Achso, irgendeiner ist gestorben. Irgendwie sind zwei gestorben. Ja, überfahren. Roadkill. Das ist traurig. Very doll sad. Alter, irgendwas schießt auf mich und ich bin fast tot. Da hinten ist ein Scharfschütze. Das ist der Grund. Äh, Achtung, hier. Geradezu. Pass auf, Buggy. Wo denn? Äh, hinter mir. Rechts. Hast'n? Ich komm in! Happen! Er ist tot. Irgendwas ist hier... Hier schießt irgendwas? Schießt du? Du schießt auf was, ja? Ja, da steht einer mit... Scheiße! Panzer. Panzer, linke Seite. Ja, und von hinten, ich bin tot. Bei B. Bei B. Guck mal, wer ja schon wieder die Tabelle einführt. Und wie, ey. B. Alles Klärchen, ne? Würde mal sagen, Team Tube Reboot, wa? đang in der Zielgruppe beherrscht? Tbt ja, Tbt ist vor allem am Start. Die haben uns schon vermisst, eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Also, haben uns schon gehofft, aber hoffentlich sind die nicht wieder da. Und jetzt ist das Comeback von Tbt. Wie lächerlich. Panzer, Panzer, Panzer. Ich laufe mal rechts lang, oder? Boah, wie viele hier sind ohne Witz. Das wird jetzt gleich richtig eng. Scheiße, er hat mich gesehen. Nein, tu mir nicht weh. Achtung, bei dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Pass auf. Hast du ihn? Ja. Achtung, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Pass auf. Oh. Alter. Alles cool. Das war richtig nice, hast du es gesehen? Scheiße. Und da war der Panzer, da war der Panzer. Boah. Oh, Mann, scheiß war das gut, ey. No scope, sag ich dazu. Weg, 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 weg. Du hast voll Panzer. Wow. Appen, 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 appen. Ich hab nur noch sechs. Warte, hier. Frist oder stirb. Ich glaub, der Panzer, der kommt uns hinterher, kann das sein? Hört sich so an. Der kommt uns hinterher. Komm. Runter, runter, runter. Oh, von hinten, oh, ich weiß nicht von wo. Schiff. Schiff. Ah, scheiße, jetzt hast du die verraten, mit dem Panzer. Renne, 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 renne. Renne, renne, renne. Ich kann nicht, weil ich voll niedergehalten werde. Ah. Ah. Da kommt einer. Ah, scheiße. Ja, geradezu. Pass auf. Da, wo ich liege. Direkt gerade. Rennen, renne, 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 renne. Ah. Da kommen zwei, ne? Gerade? Auf und zu, oder was? Ja, durch das Haus. Scheiße. Alter. Das war, ähm. Alter. Kannst doch keiner zählen, ey. Wo sind die? Das war gerade eben, äh, Flugzeug. Ja, aber da sind, da sind Signale gewesen. Ich frag mich, wo die hin sind. Oben, äh, oben rechts war irgendwas? Alter. Scheiße, wo bist du? Gemessert. Du? Nein, äh. Oh, nicht du. Nein, ich hab jemanden gemessert. Das ist very nice. Scheiße, wir haben das Einsatzteam verloren. Komm schon. Was denn? Um D haben wir verloren. Oh, ey. Welche Seite sind die? Links. Ah, ich seh dich. Oh, zwei und Doppelkill. Lügst du noch? Nee. Ah, gleich jetzt bin ich tot. Aber da ist einer. Noch einer um die Ecke. Ja. Ah. Ah. Ah, diese Scheiß-Tasten. Wie komm ich denn auf V? Da sind drei, ne? Alter, das stelle ich mir gleich um auf irgendein Malzeichen oder sowas. Was war denn das? Dieses dumme V, Alter. Was ist ein V? Bei mir ist V, dass ich, äh, von Mehrfachschuss auf Einzelschuss, äh, mache. Oh, ich auch. Alter, wie dumm. Alter, wie dumm. Ich weiß gar nicht, wie ich auf V komme. Äh, rechte Seite. Mauer. Ich weiß nicht, ob, ob wir gespottet wurden. Was denn? Da ist keiner mehr. Linke Seite. Achtung, Werk rechts war der Panzer. Timirus. Der Timi, weißt du, der ist 99 geboren. Also sprich, der ist jetzt, äh, 15 Jahre alt. Und der hat dich grad total mit dem Panzer erwischt. Äh, ich würd sagen, wir, äh, warten wir mal kurz zu dir, oder? Ja, mal wieder safen hier. Ein bisschen. Ja, cool, ist krass gesaved. Nehmen wir zu C, da ist ein Panzer. Ja. Ich hab auch die passende Technik dafür. Ja, der Panzer hat mich gesehen und will mich, glaub ich, töten. Was hab ich noch so bei, nur Werkzeug, scheiße. Oh, falsche Waffe. Ich lasch mal bei den Containern mit drin. Scheiße, 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 der Panzer hat mich gesehen. Ich hab noch 16 live. Ja! Nein! Fuck! Ah! Ich hätt zurückrennen müssen. Ah, aber ich konnte noch zwei wiederbeleben. Oh, jetzt bin ich tot. Okay, ähm, C. Auf alle Fälle versuchen C zu saven. D haben wir, äh, B sollten wir mal langsam wieder, äh, saven. Ne, aber C ist grad unter... Äh, B war übrigens grad voll auf der Karte, also die werden jetzt alle rüberwandern, ja? Also voll auf der Karte von wegen... Dass die von... Voll viele Gegner und so. Ach so komm ich, wenn ich, wenn ich mich ducken will. Wow, was! Geil! Alter Panzer-Headshot! Hahaha! What? Ein Panzer hat dir Hedi gegeben? Ja! Ah, interessant! Die haben schon wieder, die haben schon wieder einen russischen Panzer. Warum haben die schon wieder einen russischen Panzer? Scheiße! Wo fliegt er denn rum? Ah, ist zu weit weg. Wow! Wir wurden hier beschossen, ey! Hebsen auf, ja! Ah! Von hinten, oder wie? Das war ein Panzer. Ja, jetzt muss ich immer auf dieses Einzelschuss-Ding da gucken. Oh! Sag der hei hei hei! Oh! Hol mich! Hol mich! Hol mich doch! Kack nu! Oh, shit! Weiter, 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 weiter! Hahaha! Hol mich doch, hol mich doch! Kack nu! Paz! Oh, oh, oh! Mama! Oh, oh! Ich hänge! Warum hänge ich? Du bist verhängen geblieben, Alter! Ja, komm, lass den Panzer, Panzer sein! Wie heißt das auf feiner Deutsch, ne? Ne, auf feiner Englisch! You are a kid with special needs! Das ist gleich ein... Ja, du kannst doch auch sagen, dass du behindert bist! Das ist gut! Ah! Auf uns wird geschossen! Okay, weiter! So, B haben wir! Alter, was läuft denn hier? Wir haben gleich fast alles hier! Gleich haben wir sie platt gemacht und das ist wunderschön! So müssen Spiele laufen, immer vor uns! Heiß kalt! Was? Ich laufe mal unten lang, ja? Oh, ich chill mal so ein bisschen um, check mal ab, was hier so geht! Die wird eingenommen! Dora! Lalalalalalalala! Wo ist denn das schöne A? Jetzt hab ich schon wieder auf V gedrückt! Du sollst doch nicht auf V gedrückt! Linke Seite, linke Seite! Am Wasser lang! Da! Hinter dem Schild! Wow, what the f- Happen, Happen, Happen! Ja, da ist noch einer! Da! Läuft grad hoch! Alter! Alter, wie hat der mich denn gemacht? Ich hab den nicht gesehen, ne? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Unten, zwischen den zwei Pipes! Alter! Ja! Ich weiß, dass der da irgendwo war, aber ich hab jetzt nicht gesehen, wo der da hockte! Ich auch nicht! Äh, C wird reingenommen! Warte mal, ich geh mal zu C! Ich weiß auch, wo der hockt! Ja, ich, ich folge dir! Der hockt in dem Haus! Hinter den Containern! I follow you! Hinter, hinter den Containern! Ich darf mal rechte Seite entlang! Der sitzt, der sitzt immer im Haus! Im Haus! Linke Seite! Ja, ich mach mal ne Granate rin! Scheiße! Von der anderen Seite werde ich beschossen! Fuck! Fuck! Warte, ich bin da in eins! Jetzt! Hinter dir! Happen! Okay, dann war noch einer drüben bei den... Ja, der hat mich gerade! Hasten? Ja! Liege hinter dir! Ah, da ist noch einer! Ah! Fickety fuckety fuck! Na, werden wir das Ruder nochmal rumreißen können? Ich lebe! Ja, aber ich nicht! Das ist schön für dich, dass du lebst! Wir müssen noch 21 killen! Goh, er lebt! Er ist tot! Ich lebe aber noch! Äh, Achtung! Rechts, ich hab gespottet! Ja, ich lebe nicht mehr! Fuck! Warte, ich bin da in 3, 2, 1... Ah! Scheiße! Ah! Ich bin da! So eine Kacke! Timmy 99 Russ! Ah, Mensch, Mist! Wir müssen uns da jetzt nochmal einigen! Wir müssen... Wir müssen auch nochmal D-saven! Alter! Uaaaah! Fuck you! Hahaha! Ah, zu viele Tasten! Scheiße! Ja, die nehmen nochmal alles ein! Oh ne, bitte nicht! Verdammt! Wir haben das heiße Spiel verloren! Äh... Nochmal D-saven! Ja, gut! Erstmal B, oder? Scheiße, scheiße, scheiße! Ich steh hier zu lange! Ich steh hier zu lange! Ah, ich weiß, dass da einer war! Bam! Headshot! Die sind jetzt noch weit! Ich steh hier zu lange! Aaaaah! L-licke Seite! Ah, fuck! Ach, f-ck! H-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. Ah, ich bin nochmal bei den Büros. Achtung, linke Seite. Was heißt nicht? Ah, scheiße, geradezu, da die sind einen Gang lang. Ich weiß leider nicht, was du meinst. Äh, der kommt da gerade um das Haus rumgeschüsselt. Ah, Mann, 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 Mann. Boah, warum bin ich tot? Ah, fuck der. Ah, ich hab ihn aber noch gekriegt. Ja, aber das sind viel zu viele. Ja, die rennen zu gut rum. Ja, aber das ist, das ist... Die haben sich jetzt echt gut organisiert, musst du sagen. Musst du jetzt mal... Die haben sich jetzt gut organisiert. Okay, nice. Ich... Ey, scheiße, 28, 11. Steig ein. Steig ein? Ja, ich... Brauch meine Zeit. 28, 11. Der Helium muss runter. Die haben wir. Scheiße, 17, 11. Fick, fuck, fuck. Ah, es lief so gut. Warum kam denn da ein Wendepunkt? Wat? Hinter uns. Ja, ich kann jetzt nicht wenden. Hier ist es der Helium. Scheiße, weg hier. Aber ich bin tot. Fuck, 18. Scheiße. Scheiße, 16. Und 15. 15. Ach, 15. 3, 2, 1. Und it's over. It's time to say goodbye Naja Schöne-Tattens, nächste Runde Nächste Runde, vielleicht schaffen wir es dann Wenn das Team Tube Tribute CDS Mark Einheit der 7719 Ja, wenn das Team Tube Tribute Wieder dabei ist Also bis dahin, schau Leute, wa?